Für die Arbeit, die wir gemacht haben, war uns sehr wichtig, dass wir versuchen, die Schauspieler selber dazu ermutigen, sehr viel von sich selbst reinzubringen, in die Geschichte einzubringen. Und wir benutzen dieses Material und haben versucht, das weiterzuarbeiten. Mit unserer Seite war es sehr wichtig, dass die Verantwortung für alles, was auf der Szene passiert war, von Akteuren. Wir haben versucht, dass sie ihre Lektor in das Erste, aber wir haben sie nur in der Zeit. Das ist die Möglichkeit, wie eine Leidenschaft von Ihnen zu tun. Das ist die Möglichkeit, die Leidenschaft von der Leidenschaft von Ihnen zu hören. Das war es so, dass Sie sich über die Leidenschaft von Ihnen zu hören. любовь как случайная смерть любовь мне не слышно вам сказали, ты не отец слушай это не правда пожалуйста это не правда это не правда Mache, bitte, bitte, bitte! Oder du wirst du sehen anderen? Ich weiß nicht. Ich... Ich will einfach wissen, wie es möglich ist. Applaus